Ihr fahrt E-Scooter? Dann aufgepasst! Sonst droht die Entziehung der Fahrerlaubnis fürs Auto. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat ein wegweisendes Urteil gefällt, das alle E-Scooter-Fahrer aufhorchen lässt. Wer betrunken auf einem E-Scooter erwischt wird, ist laut dem Gericht nicht mehr geeignet, ein Auto zu steuern. Was ist passiert? Ein junger Mann in Frankfurt entschied sich nach einer feucht-fröhlichen Nacht spontan dafür, seinen Heimweg ins Europaviertel mit einem E-Scooter anzutreten, leider mit mindestens 1,64 Promille im Blut. Das Amtsgericht verhängte daraufhin eine Geldstrafe und ein sechsmonatiges Fahrverbot gegen ihn, die Fahrerlaubnis wurde aber nicht entzogen. Damit war die Sache aber noch nicht abgeschlossen, sondern ging zum Oberlandesgericht. Das OLG entschied nun, dass die Fahrerlaubnis zwangsläufig entzogen werden muss. Es gibt keinen Spielraum für Ermessensentscheidungen seitens des Gerichtes und auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung findet nicht statt. Die Begehung einer Trunkenheitsfahrt, egal ob mit Auto oder E-Scooter, führt automatisch zur Annahme, dass der Täter nicht geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Die Entziehung der Fahrerlaubnis dient nicht nur dazu, zu verhindern, dass der Täter weiterhin betrunken Fahrzeuge führt, sondern hat auch das allgemeine Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Daher urteilte das OLG, dass der Angeklagte durch seine leichtsinnige Nutzung eines E-Scooters in stark alkoholisiertem Zustand sich als grundsätzlich ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen hat. Das Amtsgericht wurde angewiesen, den Fall erneut zu verhandeln und zu entscheiden, ob diese Regelvermutung der Ungeeignetheit widerlegt werden kann, was in der Praxis aber äußerst schwer ist. Was lernen wir? Trunkenheit am Steuer eines E-Scooters wird genauso ernst genommen wie bei herkömmlichen Autos. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass E-Scooter fahren unter Alkoholeinfluss nicht nur das eigene Leben gefährden, sondern auch das anderer Verkehrsteilnehmer. Die Sicherheit im Straßenverkehr steht an oberste Stelle und das Gericht hat mit seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass sie keinerlei Toleranz für betrunkene E-Scooter-Fahrer haben.